Hey ihr Zuckerschnuten, herzlich willkommen bei Evas Gaming. Heute lernen wir den Gegner mal so richtig das fürchten, dass er vor Angst glatter Start. Das müsst ihr gesehen haben und wenn ihr genauso viel Bock auf Vigor habt wie wir, dann abonniert unseren Kanal, liked das Video und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr garantiert keine Folge und keine Livestreams mehr von uns. Und jetzt viel Spaß. Ja auch. Oh das Ramazamba vorne am Arbeiterdingsbums. Hey komm mal. Ich will mitspielen. Ich will sterben. Ja. Great. Hat einer von euch schon Kills gemacht? Ey. Die ganze Zeit. Das geht, nur sterben wir jetzt auch. Oh. So. Die ist ja noch nicht. Ich hasse verlieren. Wirklich? Äh. Ach Quatsch. Ach ja. Ich, äh, äh, verlieren liebe ich jetzt nicht. Ist nicht mein... Na, ich ohne, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Nö. Und wenn du schlimm bist, kommt ein Pflaster drauf und dann ist auch eh gut. Hier sind sie drin. Genau. Vier Stück. Jetzt ist Ena raus, ihr Rant nach rechts. Wasserfahrbarrikadiertes Haus, ne? Ja, nach hinten. Nach hinten ist Ena ja Rant. Wer ist denn hinten? Also, äh, da. Ganz außen, am Wasser. Oh, Moment, ich glaube, bis zur Weite bringt. Ja, die Wörter raus ran. Die müssen weiter weg sein. Das ist sogar eine Krähen. Die kommen zurück, lustig. Krähen habe ich gekriegt. Oh, da hinten schießt der Ena. Nein, ich muss nachgeladen. Scheiße. Der ist noch hinter der Box. Jaha, den zweiten. Hihi. Da hinten hat auch noch einer auf mich geschossen, da. Ja, merke ich sehen. Oh, bin down. Toll. Ach, Mann. Wo ist denn herz? Komm vor, du Ratte. Ich fing mal. Ich seh ihn liegen. Was? Ratsun. Super. Aber da, nee, da hat jetzt gerade noch Ena geschossen, da muss noch Ena sein. Auf 1-2? Das war ein Maschinewehr. Was, der? Ja, da liegt noch Ena. Sicher? Der hat doch noch Ena nicht geschossen? Nein, der hat mit irgendetwas anderes geschossen. Das war gerade so eine Rambazamla. Auf 1-2 habe ich ihn mit pinken gerade. War es der? Die du nicht erwischt hast? Ja. Ich denke ich. Also, die lagen in Bäder, glaube ich, ziemlich hier. Ich weiß das nicht. Du kannst es nicht orten. Aber ich möchte meinen, dass der jetzt hier nicht alleine war. Was ist denn denn dabei? Ja. Ja, der doch. Ich kann es nicht glauben. Warte. Wir sind Alina. Ich würde sagen, der hat geschossen. Ich würde sagen, der hat geschossen. Ja, ja, ist gut. Gleiche steht ja Wasser. Ist das der oder was? Hier steht gleiche Wasser. Die steht hier. Ist ja lustig. Äh? Der hockt bei mir. Äh, der ist noch gar nicht... Der lebt noch. Alter, was war das denn? Der hat sich geschossen. Alter. Der Scanner hat ihn nicht angezeigt, oder was? Nee. Ja, sag mal. Äh? Aber warum hat der denn nichts gemacht? Hat der gedacht, still lehme ich mir nicht bewege, denken sie, ich bin tot? Nee, aber warum? Nee, der kann ja gar nicht... Der war wahrscheinlich ausgelockt, weil du sagst, dass Scanner hat gar nicht mal eine Zeigt. Ja, nur. Der war wahrscheinlich ausgelockt, wahrscheinlich. Nee, dann verschwindest du ja sofort. Eigentlich schon. Ja, nicht unbedingt. Doch, doch. Jedemal, wenn wir rausfliegen, dann ist man sofort weg. Ja, wenn wir rausfliegen, aber das heißt, keine Ahnung, siehst du ja. Aha, toll. Wahrscheinlich nur der Buck oder sowas. Ich denke, ich denke, nee, ich denke, der ist, der ist, äh, Puller gewesen. Oder so. Er kommt gleich wieder. Kampf. Okay, schnell Pullern. Ich dachte, ich dachte, es wäre dieser Buck gewesen, dass der tot ist. Hier ist noch eine MP5 drin. Ja, ne. Diese Tee-Pose hat. Ja. Na, er auch und er so, guck mal, du hast ja ihn auch vor denen, der hätte ja bloß eh mal so Kling mit einem kleinen Finger da drauf. Ja, halt, der war auf Kai gewesen. Der war, der war keine Ahnung. Der hat sich irgendwas geholt. Durchfall oder so. Hättest du ihn nicht töten können, sonst wäre er weg. Ja, ja. So, Schatz. Dich hole ich noch. Iii. Loll, Loll. Ah, wie geil. Ja, wirklich. Und wenn denen seine Teammates, ey, die werden denen so richtig gut zu geben. Du Arsch, wo warst du denn jetzt? Eingeschlafen. Wahrscheinlich konnte er sehr unschlafen oder sowas. Ah, klar. Loll. Naja. Eingeschlafen. Achso, jetzt haben wir die verbarrikadierte Haus. Oder war auf dem Klo, ja. Vielleicht hat er gerade geschlotten Auto. Ja, ich seh jetzt so wie Eriksson. Der war kacken. Soll ich mir recht sein. Der hat, glaube ich, gerade im Flottenauto gehabt, mitten im Kampf. Oh, scheiße, ich muss los. Deswegen, deswegen hat er auch da gehockt. Spatenstich oder was? Der kleines Wasserhäcker. Ach, nee. Schön. Waffen, wenn dein Leben drückt. Naja. Ja. Wieso machst du, wenn du den Fax kriegst? Ja. Der Stift malt schon mal. Vielleicht hat er auch gepuppt, aber kam ein Festland mit. Ja, wir landen nicht bei. Ja, genau. Vor Angstschuss. Sein Teamkamerad erschossen wurde. Oh, ich muss los. Clou. Verbrauchst du da aus? Warst du da? Äh, ja, das war leer. Okay. Ein Schurz. Ekelhaft. Kann man so machen, ja. Auf jeden. Wo ist denn so Kistchen? Wo ist denn so Kistchen? Wo ist denn so Kistchen? Oh, was stehst du denn jetzt so? Oh, da. Quasi. In der Baumschule. So. Ey, guck mal, meine Kistchen. Marcel, die Ratte, der ist so leise, der rennt zum Schatz. Wahrscheinlich schon. Ist immer, wenn er nicht redet. Ja. Dann plündert er. Dann ist er... Nee. Was machst du denn denn? Wenn du ruhig bist, stellst du irgendwas an. Ja. Wenn's lange ruhig ist, in so ein Kinderzimmer, geh mal lieber gucken. Ja, auf jeden Fall. So wie Emi mal sich schön frühmorgens ihr schminkt hat mit Filzstift. Du mal lieber die Möhrchen, Mama. Du mal lieber die Möhrchen. Möhrchen in den Reihen. Wenn das jetzt Emi hier hört, dann ist das so die Sau. Mama. Ja, das wäre eben ja voll peinlich gewesen. Ich? Ja, ja. Was denkst du, wenn wir in ihr Kinderzimmer rinkommen und sie gerade zufangen, Ja, die macht sofort hoch. Das Mikro. Das Mikro. Boom. Hoch. Das geht so schnell und dann so. Leise Gäste. Lauf, 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 haus, lauf. Von wo kommt denn überhaupt die Zone? Dass du der Opa im Chat bist. Ach. Wissen wir gar nicht. Wissen wir auch nicht. Wer ist der Opa? Manni hat... Manni schreibt, er hofft mal, dass er nicht der Opa im Chat ist. Ja, selbst Sven. Ist doch Egon. Genau. Das ist doch geil, wenn man... Wenn man... Ey, also ich finde das cool. Einer muss ja der Opa sein. Ach. Und? Ich würde auch gerne, wenn ich älter bin, noch Interesse haben am Zocken. Und jetzt wird es wahrscheinlich so sein. Ich könnte sagen, hast du vorwärts andere nur zu machen? Oh, oh. Manni, der muss ja Opa sein, scheiß auf. Jetzt ist es für eine Stande. Er eine Ehre. Auf jeden. Auf allen Dingen voll geil. Früher hat er noch zu zocken. In der Schule und Kindergarten hast du dich mal gefreut, wenn du ältest bist. Ja. Also, Manni. Alles gut mit. Da ging jetzt so. Ja, du, ich bin einen Monat älter als du. Ha. Ich kann mir nicht sagen. Ja, und jetzt? Alter Arsch. Hör auf zu saufen. Ich seh. Oh je. Na, die macht dir den Lutgeier-Trick. Guck mal. Na, die macht dir den Lutgeier-Trick. Ich hab ein Problem. Ich hab was gelingt dir wieder. Wie gestern. Oh Manni, das war echt schlimm, ey. Das war feilig. Das war... Warte mal. Na, ich bin, äh, in den Meter vorm Ziel gestorben. Was ist das? Ja, das war vorgestern, ne? Nee. Ja, das war nie gestern. Warte, wie gestern. Ja, nee. Nee, nee, das war vorgestern, du hast mir gestern noch erzählt, dass wir das Video nehmen können. Und das war ja ein Tag davor. Ach, kann sein. Aber ist ja egal, aber die Taschen-Nur-Johle-Trick-Ziv-Wohle-Wesen. Boah. Aber richtig. Rappedicke Feuer. Mach den Sender weg, schreibt Eriksson. Nein. Nein. Ich ein Sender. Niemals. Oh, ich muss rennen. Scheiß drauf. Ich hab das Wichtigste. Dum, 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 dum. Warum ist die... Ey, das Ding ist doch auf dem Ladekabel. Ich versteh das nicht. Hallo. Du musst laden, wenn du auf dem Ladekabel bist. Das hättest du ihm nochmal vorher erklären müssen. Mann, woher soll der das denn wissen? Ach nee. Da krieg ich ja mit. No, come away. Lauf. One. One. Dieses... Lauf, ne, die in die Wolke kommt. Die Pupswolke? Pups. Jenerwes, wenn man so One sagt, was damit gemeint ist, dieses kurze One. One. Oder Two. Oder Two. Wow, meine KB hat sich Millimeter bewegt. 0,66. Wow.